Herzlich willkommen zum Pump-Video für Po und unteren Rücken. Wenn du noch nicht aufgewärmt bist, dann kannst du das Pump-Warm-Up-Video vorher nochmal machen, um dich warm zu machen. Und dann steckst du pro Seite mindestens 3 Kilo auf die Herren ab 5 Kilo. Und dann geht's los. Nimm die Langhandel auf, rechten Fuß nach hinten abstellen und mit geradem Rücken nach vorne kommen. Dann halte vorne und heb das rechte Bein an, halte in der Standwaage. Dann beginnst du mit den Armen vor und rück zu pendeln. Zieh jetzt zum Bauch und löse. Elbogen eng, enges Udern. Schließ jetzt deine Beine zusammen. Komm mit geradem Rücken vor und federn den Oberkörper runter und hoch. Arme sind locker. Schwing die Arme vor und rück mit langen Armen. Und Feder wieder mit langem Rücken tief und hoch. Schwing die Arme wieder vor und rück viermal. Und Feder mit langem Rücken viermal. Richte dich auf, wechsel die Seite, linke Fußspitze nach hinten. Oberkörper mit geradem Rücken tief und hoch. Vorne halten, linkes Bein anheben. Und dann schwingst du die Arme vor und rück. Halte die Standwaage. Und dann ziehst du zum Bauch. Endes Rudern. Schließ wieder die Beine. Komm vor und Feder mit langem Rücken tief und hoch. Und schwing die Arme viermal vor und rück. Komm jetzt in den Deadlift. Richte dich auf, komm mit geradem Rücken vor. Schnelle Bewegung. Beine bleiben lang. Lass die Wirbelsäule schön lang und gestreckt und die Arme locker. Halte jetzt hier und Feder kleine Impulse mit langem Rücken. Richte dich wieder auf, komm wieder vor und heb ein Bein nach hinten an. In die Standwaage feder ich hier ganz klein und wechsel die Seiten. Das andere Bein geht hoch. Feder hier klein. Gerade Rücken. Kleine Federbewegung. Und wechsel nochmal die Seiten. Halte jetzt in der Standwaage. Halte jetzt in der Standwaage. Bleib hier und halte. Schön gerade Rücken. Wechsel die Seiten. Halten. Lange Rücken. Und aufrücken. Deadlifts. Komfort. Mit langem Rücken und wieder in die Aufrückung. Kombiniere jetzt einmal Deadlift, einmal enges Rudern und wieder aufrücken. Kommst vor, enges Rudern und wieder aufrücken. Und jetzt ruderst du dreimal zum Bauch. Gerade Rücken und wieder aufrücken. Dreimal rudern. Und wieder aufrücken. Das war's. Und wieder aufrücken. Und jetzt bleibst du in der Ruderbewegung, bleib mit langen Füßen vorne und Ruder dynamisch zum Bauch. Und langsam wieder aufrichten, Schultern lockern, mit geraden Rücken nach vorne federn, Schultern lockern und mit geraden Rücken vorne federn. Schultern lockern und gerade rücken. Bleib jetzt vorn und schwing die Hand mit langen Armen vor und zum Bauch. Vor und ran zum Bauch. Umso höher du schwingst, umso anstrengender wird es. Kommen jetzt in die Standwaage. Ein Bein geht nach hinten und federn mit dem Bein leicht rücken Deckel. Wechsel die Seite. Und wechseln. Aufrichten, Bein nach hinten und federn. Wechseln. Hinten ohne Füße. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann komm mit langem Rücken wieder nach vorne und Ruder zum Bauch, schnelle dynamische Bewegung, Ellbogen hinter dem Rücken und ganz an den Bauch heranzuhen. Schwing die Arme mit langen Armen vor und ran zum Bauch nach. Schwing die Arme mit langen Armen vor. Schwing die Arme mit langen Armen vor und rück, komm mit dem Oberkörper noch ein bisschen tiefer, bleib lang in der Wirbelsäule und löst langsam. Leg mit geradem Rücken ab und locker die Schultern. Du hast es geschafft. Wenn du noch mehr Programme möchtest, hast du noch das Langhandelprogramm für die Beine, für den Bizeps und auch fürs Gesäß und weitere Programme findest du noch auf meinem Kanal. Viel Spaß.